Wir sind wieder zurück! So, weiter geht's. Es ist nur doof, dass die Musik jetzt aufhört. Warte mal, das Spiel ist ein bisschen laut. Lautstärke Mixer. Zoom. Machen wir mal so viel auf 20. Ist immer noch ein bisschen laut. Nee, du musst auf 5 machen. Ich hab gerade auf 15 gehabt. Ich mach doch auf 15 und dann gehen wir das Spiel rein. Mach auf. 7,1 Watt. Und warum das denn? Ich versteh nicht. Ich auch nicht. 7,1,8,9,2,7,4,9. Was soll das heißen? Wir haben ein Intro. Oh, der hat meine Maus gefangen. Ich kann nicht raus. Okay. Moment. Ich muss einmal hier ins Studio gehen. So. Okay. Klicke und zu Beginn. Also. Ähm. Doppelklick auf die Notiz und sie... Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier rauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht. Doch ich hab dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht. Auf das dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen. Und es deiner Schleue überlassen ist zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Hihi, Schleue. 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 Schau dir das Okular im Inventar an. Lehn die dich kaputt. Ja, das ist grad passiert im ersten Teil. Tatsache. Klicke auf das Fallsymbol, um das Inventar zu verlassen. Ne, rechte Maustaste. Zoom weiter raus, ohne den Rest des Raums anzusehen. Was?! Ein anderer Tisch! Doppelklick auf die runde Kiste. Burlburlburl... Knopf Klick, Knack Puzzle. Es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Wir haben eine neue Linse für SOKOLAT zu öffnen, wir haben eine neue Linse für SOKOLAT Oh, es ist rot Oh oh Klick um das OKOLAT anzunehmen Echt? Das war mal ein Mobile Game? Ich glaube schon, ja Manchmal lassen sich mit dem OKOLAT Dinge sehen, die sonst verborgen sind Klick auf den Fingerabdruck Nimm das Teil auf Ein kleines Stück geformtes Metall Das erklärt einiges mit dem Wischen vor allen Dingen Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann Dann müssen wir wieder den Tisch wechseln Da ist ein Briefumschlag 23. Oktober 1883 Mr. Rigby Ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in sie nicht teile Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niedriger Herkunft und derart geringen Rangs Wir müssen sie niemals einstellen Es lässt mich erschaudern Ach, sorry, ja, ok Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben Doch wie Mr. de Montfasson zu sagen pflegt In der Notfrist der Teufel fliegen Es obliegt nun also mir, sie bezüglich ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten Wie sie sicher wissen, werden sie bei ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn sie das Artefakt haben Sollten sie abseitige Gedanken entwickeln Darf ich sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist Aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren wie sie ist es nicht vorgesehen Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen Andernfalls könnten sie in größte Gefahr geraten Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niedrigen Geistern in Ruhe gelassen werden muss Ja und warum schickt er dann den Iopei um das zu suchen? Ein kleines Stück geformtes Metall am Tisch gefunden Das ist hier vielleicht noch mehr Ne Ich habe nicht gelesen, was da steht, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig Wir können aber lesen, was da steht Ja, aber du war gerade irgendwie so ein Tipp hier, irgendwie in der Mitte Oh, ja dann Kugel Eine merkwürdige Messingkugel Das müsste irgendwo passen Das ist sehr Das ist echt ein Ein großartiger Schlaubergerer Ein Auge Jetzt versieht es auch Und jetzt? Nom 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 Hm, das sind Knöpkes Die Das ist ja grossig Okay, vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen Vermutlich Achso, SESWIN Schön Ein Medaillon Sieht interessant aus. Sollte ich mir genau anschauen. A Obwohl etwas zu dieser Form passt Was ist das für eine Aussage? Das ist eine Tutorial-Aussage Obwohl es zu dieser Form passt Obwohl etwas zu dieser Form passt Das ist trotzdem komisch aus Ach du Heiland Okay Ist das ein Z? Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Oh, eine Acht Ich hab was auf dem Boden gerade gesehen Aber da kannst du gar nicht mehr hingucken Aber da ist was Fast könnte das sein Merkwürdiges Ach doch da Verboten Stimmt Das ist was wir schon gefunden Oh shit Ein Engel Das ist Justitia Das dachte ich Das ist eine verdammte Engel-Statum aus Dr. Who Ja Aber die hatte die Augen verboten Tja Tja Dieses Spiel ist irgendwie ein bisschen gruseliger als das erste Warum? Ich weiß nicht Das ist doch cool Was? Kannst du eben kurz drehen? Ah ne Doch nicht Oh Oh da Da Ja Soll ich das Licht ausmachen? Von mir aus Von mir aus Echt? Können wir machen Das ist bestimmt lustiger Dann sieht man die Flecken in meiner Hose nicht, die ich mache, wenn ich mich einlässe Ach was Du wirst geistig und körperlich unbeschallt aus der Gruft entkommen, doch ich fürchte deine Prüfungen haben gerade erst begonnen So Ein Schiff Schön Boah jetzt ist echt viel schöner mit weniger Licht im Raum Hier ist ein Brief Noch immer Kein Zeichen Und Mein Geduldsfaden Reißt so langsam Frustriert bin ich bereits auf den Vormass geklettert Dies Die Tat Eines Narren Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Maskkorb kaum das Deck sehen kann Geschweige denn die Helena Und dennoch habe ich das Waffendeck die Kanonen bereit machen lassen Die Männer müssen einsatzbereit Und dann eine Laufgasse schreiben Und dann eine Laufgasse schreiben Ja dann mach doch hier Kanonen Du musst die erstmal aufmachen Ja aber wie Na ja Du musst das Schiffchen anschauen Warte mal Der ist auf dem Vordermast geklettert Hat er gesagt Du kannst es anscheinend nicht anschauen So Vordermast Ja Aber hier kann ich auch nicht wirklich was tun Aber hier kann ich auch nicht wirklich was tun Aber hier kann ich auch nicht wirklich was tun Und er konnte aus dem Krähen lässt nicht mal das Deck sehen Oh Oh Was ist das denn? Oh Ein kleiner goldener Schlüssel Nein Hier fehlt was Ich glaube ich gucke mich erstmal sonst um im Raum Oh Gott ist das dunkel Ja 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 Nicht Da kann man noch keine Angst machen Also auch wieder als Hinweis Der Mauszeiger ist hart versetzt wegen Differenzen in der Auflösung Ich habe das gerade im Fenstermodus hier bei Ja es geht aber 1920x1080 oder so Ich glaube das geht mit dem Mauszeiger Na wenn du hier guckst dann Na stimmt Ich bin jetzt auf diesem Winkel drauf und da ist jetzt der Mauszeiger Also ich war gerade hier mit dem Mauszeiger aber der wurde ja hier angezeigt Naja du hast ja 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 Ähm Oh Die kann man ja verschieben Ja Und jetzt kannst du die Kanonen fertig machen So Schlüssel Ja Ja Haupt für einen Schlüssel dazu haben Mal schauen Ja Ist voll der Transformer Ja Oder Maus Ein merkwürdig geformter Schlüssel Und jetzt Hopp Jetzt musst du die Schatzkiste aufmachen Die vorne Schlüssel auch passt nicht zum Schlüssel Ja gut Dann gucken wir mal So Wir müssen also so ein Haus bauen Oder eine Mühle Je nachdem wie man es sehen möchte Das Nee Das Glaube ich oder Ist das schon fertig? Nee Nee glaube ich nicht Ah so sieht es gut aus Ja ne Ja Fein Gäste Hm Ich dachte da wäre ein Schatz drin Three Fours Ja What Obwohl ich an das Radioaktivzeichen erst gedacht habe Ich weiß auch nicht Mhm Ich bin dabei aber irgendwie tut sich da nicht viel Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich bin dabei aber irgendwie tut sich da nicht viel Ja, das ist wahrscheinlich so Tutorial mäßig, ne? Schwupp! Jee, man kann ja auch durchgucken! Oh, oh, so! Aha! Kann man jetzt ja tun. Maybe. Nope. Aber das hast du schon, oder? Oder war das falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Das war das erste, was du gemacht hast. Ach so. So, jetzt ist das Ding hier aufgegangen, aber... So, wirklich wird geholfen, das hat nicht. Aber das leuchtet rotes Lämmchen. Ach ne, das ist von dem Hebel. Hast du den Hebel hier schon? Ja. Hast du schon? Ja, dann gucken wir... Nee, wir können die Kiste nicht anders gucken. Was ist denn da im Deckel? Hast du das schon angeguckt? Im Deckel? Nee. Na, mit dem Okular. Naja, du musst doch schon an das Viereck dran. Ach, wer ist das denn? Das kann man sich auch schon angucken. Half-Life. Das sieht aus wie Trial Force und Half-Life. Ja, aber... Ich weiß nicht, wo hat das doch ein Glacke dran, ne? Da ist halt... Da ist ein Rad. Hm. Ach, das im Deckel war das zweite, was er gemacht hat? Okay. Gut. Ich glaub, vielleicht kommen wir auch zum Schiff zurück. Ja, kommen wir. Ah. Oh. Ach, das hast du doch auch schon. Ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier mit dem Puppenhaus? Ach, hier ist ein Brief. Guck mal in der Schau. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüten einer geschwindsegelnden Galera? Jeder schwindelerregende Schritt stört mich quer über den Globus. Als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinem Wege folgen oder dir einen neuen Weg bannen? Bahnen. Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weitere Notizen lassen und dies solltest auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was. Ein Hauch irdischer Realität fehlt. Bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. A.S. Wir sind, wir befinden uns auf einem Schiff, kann das sein? Ja. Ich habe nichts mit dem Eventar. A.S. 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 Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn den auf der San Esposito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neugranada finden. Tumbe Handlanger waren es mit allen außer den Arbeiten auf den Decks unvertraut. Doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Es sind ja auch nicht seine Bücher, deswegen. Ich glaube, das ist eh nur eine Seite beschrieben, da kann er ruhig in die Seite reinschauen. Ja. Das haben wir schon? Ja. Darf ich das drehen? Nein, darf ich nicht. Richtig. Eine Seite ist am Ende nicht mehr als ein Brief, von daher ist es... Okay. Wir haben nichts, ne? Wer reinzuschmeißen? Nein. Vielleicht hier auf der Seite noch irgendwas? Nein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass in der Mitte irgendwas fehlt. Irgendwas zum Draufpacken, zum Kurbeln. Oh. Jetzt haben wir es alles genau anschauen. Ja. Das ist... Ein Schlüssel. Ja. Ein kleiner Schlüssel. Oh, der ist auch so ein Symbol mit dem ausgefüllten Dreieck. So, wo konnte das jetzt passen? Ich meine, hier ist ja kein Schlüsselloch, ne? Deswegen... Nein. Warum tust du das dann? Ähm... Einfach so? Das passt auch nicht da rein. Nein, das stimmt. Vielleicht am Schiff? Vielleicht am Schiff. Nein, das kann nicht sein. Das ist Quatsch. Hier kann man den Schlüssel auch nicht drauflegen. Ich dachte, da gäbe es so ein kleines Schlüssel noch. Für Schlüssels. Nein, ich sehe keinen. Also hier ist irgendwie so ein Stern. Das macht mich unruhig, aber... Warum machte ich einen Stern an? Kannst du das Segel runterholen? Ich glaube nicht. Oh. Da oben darf ich nicht draufdrücken. Und hier waren wir schon. Ach, schade. Ja, das macht es nicht gerade einfacher mit dem, ähm... Wie soll man sagen, hier mit den... ...unterschiedlichen Orten, wo man einfach hingehen kann. Es muss ja auch eine Herausforderung geben. Im Gegensatz zum Teil 1, ne? Ich darf keine Segel andrücken, soweit ich das sehen kann. Tja. Ähm... Hat die Kiste noch irgendwas, was wir gesehen haben? Kann man das hier noch, ähm... ... auf den anderen Seiten anschauen? Die Säule oder was das immer ist? Ja, also man kann es angucken, aber... ...ich glaube, da ergibt sich nicht wirklich was, oder? Hm. Dann springst du zurück zur Kiste. Ein kleiner Schlüssel. Von der einen Seite blau, von der anderen Seite grün. Messing, oder? Ähm... Was? Messing? Ich glaube schon. Oder Kupfer. Kupfer eher. Das ist, glaube ich, Schatten einfach. Ja. Messing wird, glaube ich, so ein Golden. Nicht richtig Golden, aber... Kupfer wird nicht braun. Nee. Kupfer wird grün, mit Witterung. Und Messing? Tja. Keine Ahnung, was wird Messing. Eine seltsame Röhre habe ich gefunden. Hä? Bist du sicher? Aber Kupfer-Statuen zum Beispiel. Ich muss das jetzt angucken. Yeah. Elementar. Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren zwei Meilen lang durch heftige Strömungen in den Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Und als wir dem Landen näher kamen, wandten wir uns zwei Meilen gen Westen, um Mia an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir drei Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie jedoch, ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tidaren, also der Flut wahrscheinlich, oder sowas. Oh nein. Oh, jetzt habe ich das verpasst. Wie du da hingekommen wirst. Ähm, zwei Meilen nach Norden. Zwei nach Westen und drei gegen Süden. Dann zwei nach Westen. Und drei gegen Süden. Schwupp. Gut, komm mal. Na, der Brief. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns vier Meilen gen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten vier Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickten, fuhren sie zwei Meilen nach Westen an die Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung konnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser Fluchte nebenlegt. Warum machst du das denn jetzt nicht erstmal, was da draufsteht? Meinst du, dass es geht? Meinst du nicht? Mit vier Meilen nach Westen und vier Meilen nach Norden. Ah, sehr gut. 4x nach Westen, 4x nach Norden, 2x nach Westen. Ja. Nach Westen. Hä? Geht das nicht mehr? Oh. Der fuck? Hast du das Spiel kaputt gemacht? Erste Schlüssel, ach so, ja stimmt. Danke. Ah, na gut. Ah, sonst kannst du gar nicht. So, hast du geschrieben, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aber du hattest gar keine andere Möglichkeit zu machen. Nö, nicht wirklich. Nächster Brief. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da war sie. Sechs Meilen im Süden. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh zwei Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal eine Meile im Norden. Und das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Wtf. Ich hab auch nicht aufgepasst. Aber okay. Sechs nach Süden. Oh nein. Ich hab hier voll rumgedreht einfach. Ich muss nämlich jetzt. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich mach das nicht mehr hier auf dem schönen Tablett oder was. Sondern. Genau, du machst es jetzt. Ich muss das jetzt hier selber steuern. Fuck. Du machst es jetzt sechs Mal nach Süden. Das wird schwierig. Aber ich weiß auch nicht wie. Ich weiß auch nicht. Vor allem. Vor wohl Süden. Oh, schau. Oh, das ist falsch. Oh, ne doch. Du musst nur da drüber liegen, ne? Ah, vielleicht öffnet sich jetzt was. Nein, zurück. Jetzt zurück. Ja. Gut genug. Jetzt öffnet sich bestimmt was Neues. Ja. Jetzt musst du sechs Mal nach Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei... Und eins. Dann bist du im Kreis gefahren. Hm. Was bist du? Das ist ein gruseliger. Eine bemalte Galleonsfigur. Eine gruselige Galleonsfigur. Eine gruselige Galleonsfigur. Oh. Was? Hätte mir fast den Kopf abgeschlagen, die Truhe. Das Spiel gibt es, glaube ich, auch in VR. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass es dann schon ziemlich abgefahren ist. So. Das nehme ich. Steuerrad eines Modellschiffs. Hast du noch nichts mehr da drin? Ja. Ja. Anscheinend kann ich hier nicht mehr machen. Haben die da ein Steuerrad? Ja. Hopp. Ja. Ja. Wir gucken uns aber erstmal das Segel an, ne? Rose. 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 Schön. Ein halber Edelstein Komm schon wieder dran Schwupp Noch eine Kiste Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einen Felsen auf Sie hob sich, als ob ihr der Rumpf abgerissen worden wäre und sofort schoss das Wasser mit fürchterlicher Geschwindigkeit herein Diesen Felsen allerdings gab es nicht Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlebenden aufzunehmen Doch nur einem Besatzungsmitglied entkam dem Wrack Eine Art Gelehrter Ein irreugiger, zerschlissener Mann in blutverschmierten Fetzen Seine Faust entschloss eine Art Skulptur und mit wirren Worten sprach er davon, wie unermesslich mächtig und wertvoll sie sei Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena auf dem Genmeersboden gesunken Ich ließ das Objekt in die Obhutmanachöte verbringen Ok Es liegt in der Natur dieser Welt sich selbst immer in immer komplexere Zustände zu verwirren wie die Spiralen in einem Strudelmuster und System zugleich Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glühfe zu finden und die Glühfe in Einklang bringen, um die Tür zu finden Alles muss im Einklang sein Doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker, der Gefangene oder eine Ratte im Labyrinth? Jaaa Ja, ich mag das auch So Seefahrzeug, das kann schon Spaß machen Ein Gewicht Da steht nicht drauf, wie viel das wie? Guck mal, Geldmauer Nautical Measures Nautical Measures Eshaw & Co. Follmav Ok Ne, R-Shaw Muss man das vielleicht da drauf stellen? Muss man das vielleicht da drauf stellen? Da auf so... Nicht da drauf, sondern da gibt es so eine Art... Gesundheit Dankeschön Das meine ich drauf Aber auch nicht Ne Wie sind die Förmste? Eine Waage, sie scheint Markierungen zu haben Ja doch Oder nicht? Hm Oh je Ich hoffe, es funktioniert vielleicht besser Mhm Sehr schön, sehr schön Eine kleine Scheibe 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 Gewicht Gewicht Mein Gewicht Achso, muss ich dann... Opsa Hier gucken Die andere Seite würde ich sagen Mit dem Kreis Ja Ja Joah Da drauf genug Oh, was ist das? Scheibe 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 Oh, was war das? Scheibe 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 Oh, was war das? Oh, was war das? He Ein... Mechananismus 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 Wir fährten einwand Ja Es war schon spät Ne, es ist doch nicht so spät Scheibe Scheibe Und du hast die Scheibe nicht mitgenommen Wo denn? Naja Und wo hast du die denn eingesetzt gehabt? Zuletzt Äh, hier Oh, die ist verschwunden Für immer Ja, aber vorher war die Scheibe hier dann Ne, hier in der Aussparung oben Ja Was ist das denn jetzt hier? Irgendwas witziges Irgendwas witziges Ja Kannste drehen Ja Die Frage ist nur in welche Richtung Schau die Symbole Symbole Uff Dreh sodass die Freude zur Mitte zeigen Achso Hm Jetzt Martin Kappens Genau anders Ja, ne Hat aber nicht geklappt Ne Erstmal Müssen wir schauen Ähm Ja Ist ja Wir sind ja hier zum Rätseln Mhm Ich sehe aber auch gerade keinen Hinweis da drauf Hm Hm Wir haben da auch keine neue Scheibe bekommen Scheibe Wo bist du hin? Hm Meinst du auf dem Schiff gibt es einen Tipp? Oder die Lösung? Rosa Vielleicht soll das ein Sternchen da geben? Aber das macht man nicht mit 4 Nee 4 Dreiecke geben doch keinen Stern Was? Und doch kann schon, wenn man sie überlegen Übereinander legt Hm Wir können sie nicht übereinander legen Hä? Wie bist du? Wieso? Weiß ich nicht Ich hab einfach mal Ausprobiert Ich hab gedacht Ja Das Segel hat wir mal gebraucht für Nicht für Scheibe Sondern Für Rose Genau Da steht Rose drauf Vielleicht am Tisch Kann man da was suchen? Am Tisch selber? Nee Ich finde Ähm Diesen Tisch Sehr cool Irgendwie Ja 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 Aber zu Hause Will ich ihn trotzdem nicht stehen haben wollen Warum nicht? Ist irgendwie so Groß Massiv Und Voll gut Verloren Spiel Ja Aber kannst du auch keine Füße darunter stellen Ja das stimmt Das ist bestimmt dann sehr unbeweb Scheibe Da Pfeile Was? Wo? Wo sind Pfeile? Hier? Nee Doch Vielleicht Einer Ich sehe nur einen Ich sehe nur drei So Zur Mitte Zur Mitte Nach links Und Blauen Ähm Aber es macht keiner Aber welcher der Pfeile ist dann für wen? Zur Mitte Zur Mitte Nach außen Scheiße Guck mal an der Schau Was? Irgendwas Verändertes Öffnen Oh guck mal da sind Pfeile Ja hier sind Pfeile Nach oben Und das soll ich mir jetzt merken Doch das geht Ja 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 Ähm Ich habe es mir gemerkt Glaube ich Nach innen Nach innen Nach außen Nach außen Jo Immer Diagonal Nach innen Nach innen Nach außen Nach außen Ne Nach außen ist falsch Oder? Also genau andersrum sagst du Ja Kannst du jetzt vielleicht da dran ziehen? An die Schublade? Ach das wäre gleiche Scheiß wie vorhin oder nicht? Na komm schon Oder habe ich jetzt ganz falsch gemacht? Nein Scheibe 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 Ich habe es gefunden Schub, schub, schub Schub, schub, schub Fuck Schub, schub falsch Ich habe mich schon gewundert Ein Stempel Ja, aber das ist ein Gewicht Scheibe Du musst das wahrscheinlich angucken Das Gewicht jetzt Weil das ist auch mit Mechanismus Mit Sternchen Schön Ja Uns fehlt da noch ein Gewicht Eine Scheibe Eine Scheibe Wir haben nichts mehr Ist hier die Scheibe? Nein Nee Das ist irgendwie komisch Aber hier ist doch wieder so ein komisches Zeug hier Ja, da ist doch eigentlich eine Scheibe Scheibe Äh Du musst zuerst Fuck Jaja Hä? Hä? Äh Ja, warte, nee Ich muss genau andersrum machen Na komm schon Warte mal was? Ja, wie willst du das denn da rein kriegen? Ja, ich muss das eigentlich umdrehen Scheisse Du musst Ach, du musst das Ähm Ich weiß jetzt wie Ja, ne? Ja Wer würde ich jetzt Da Nee Ich schieb den erstmal da zurück Genau Und dann packst du das raus Dann schiebst du das da So Genau Dann tiebst du das da So Es ist Nee Es ist falsch Das ist zu kurz Ich muss gucken Oh Mann ey Ja, geht nicht Ja, so Wenn du das kurze Stück wieder reinpackst Und das andere Müsste es doch gehen, oder? Ja Und jetzt drehen Und jetzt da rein Ja Jetzt hast du es Scheibe 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 Jetzt aufklappen, oder? Oder Ja, müsste Hä? Scheibe Wie jetzt? Was ist das jetzt? Ein Gewicht Ein Gewicht Ja, wahr Ohne Mechanismus Diesmal Das passt aber nicht drauf Das hat nicht die Form Mhm Ich sehe gerade Wir brauchen zwei Noch Also du musst das Kann ich hier drauf? Nee Kannst du es nicht... Kannst du nichts bewegen? Moment, Moment, Moment... Ich muss ja... Okay Ich will da gar nicht hin, ich will hier hin Warum? Ich will das hier so hinstellen Warte Damit die anderen Sachen da rein können Aber... Achso, aber ich... Weiß nicht, ob das... Das ist Quatsch, was du vorhast Weil... Hier gibt es auch noch In sich verschieben In sich verschieben Aber ich darf nicht Was? Doch Hä? Ja, hab ich doch gesagt Das Gewicht anschauen Äh... Aber... Jemand ist da so ungeduldig Ja, aber du hast recht Passiert, ne? Nee, du machst Quatsch Du machst Quatsch? Du machst Quatsch Ja Was mach ich mit dem? Auf das Gewicht auf Beziehungsweise... Ich weiß, was du damit machst Mach das ähm... Gewicht Das... Sechseckige Auf das Sechseckige Hm Dann hast du noch so ein rundes Teil You know Du hast da noch Ein rundes Stück Auf der einen Seite Was rotes Vielleicht... Nee Ich mein's am... An der Kiste oder was? Nee Da wo die Waage ist Da ist noch eine rote... Ein roter Kreis Ach da Ja Ein Jojo Kreis Ja Ja Ah 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 Ein Ankur Und eine Lakritzschnecke Äh was? Ja Ja Schau dir das an Ich schau... Oh ja Eine Lakritzschnecke Es ist eine Lakritzschnecke Keine Feder Es ist eine Feder Ja Es ist eine Lakritzschnecke Und eine kleine Anker Ja Das Spiel lügt Es ist eine Lakritzschnecke Genau Ja Anker kommt in die Halterung am Schiff Yeah Fortsch Oh Das kommt mir bekannt vor Ein Metallsterben Ein Stern Ein Stern Hab ich irgendwo gesehen Ich weiß nicht mehr wo Hatten wir nicht hier noch an der Truhe außen irgendwie Ja Schon? Aber ich glaub nicht mehr Oder? Nee Nee Da kann man gar nichts machen Noch nicht bestimmt Ein Stern Der deinen Namen trägt Oh man Nee Das passt nicht Ja Was tun wir mit dem Fehler tun machen? Das wissen wir noch nicht Ich wüsste grad nicht so richtig Wo wir da mit hin müssen Erstmal alles angucken Da sind noch Rätsel offen Dann gehen wir noch mal zum Tisch Ja Zum Beispiel Da steht zumindest eine Kiste Da muss man die öffnen Die war vorhin offen Die war vorhin offen glaube ich Die war vorhin offen Aber das ist ein Stern Oh Oh Stimmt Was steht da drauf? Kann man das lesen? Thomas Bradbury St. Albans St. Albans England Marine Chronometer Und die Und die Uhrenfeder Klack Oh Stoppfe war nicht richtig Schau Ein Aufziehschlüssel Ein Aufziehschlüssel Da rein Ja Wenn ich das wüsste Hier Ja Ja Ne Da Hier Da fehlt die Feder Kann das sein? Ja Lässt sie nicht aufziehen Lässt sie nicht aufziehen Der will Mein Mann Du hast die Feder noch nicht da rein gepackt Die Frage ist wo die genau hin muss Ich kenn mich mit Ohren nicht aus Tito Pack die doch einfach irgendwie außen vielleicht Kommt die vielleicht außen rein Meinst sie hier so dann? Ne Hier kann ich auch immer dran drehen An den Zapfen An den Zapfen Innen rein Die muss das Gewicht bewegen Tut mir leid Ich kenn mich mit Ofen nicht aus Was hier an den Zapfen hat Ich weiß nicht Die muss an den Zapfen Und muss das Gewicht bewegen An dem runden Ding sind zwei Zapfen Ach die Das Ding hier Ja Aber wie Kannst du vielleicht das Ding anklicken? Den Zapfen da? Naja Der lässt mich nicht hier wirklich Hm 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 Ja Der springt sofort wieder hier in diese Ansicht Hm 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 Was ist wenn du das andere mit dem Schlüssel anklicken würdest? Hm Das andere mit dem Schlüssel? Ja das Ah Ach Warte mal kann ich den Du kannst den drehen Na komm Ja aber hier passiert gar nichts wenn ich da drehe Stimmt Was ist wenn du da dran gesucht bist? Was ist wenn du da wo du Kannst du nicht mehr? Nee Ich kann es nicht mehr zurück machen Hä? Hm Hm Wenn du versuchst die Feder an den dran zu machen wo der Schlüssel drin steckt Also das mal versucht Ja Hab ich versucht Dann versuchen wir nochmal Weil da fehlt ja Na du hast es doch nicht dran gemacht oder? Hm Hier ist ein Schlüssel noch Bringt uns aber noch nicht weiter Bringt uns aber noch nicht weiter Da Hm Das geht auch Oh Was ist das? Echt jetzt Schlitzschraubenzieher Da kannst du oben Ah Ah Ja Anscheinend Yeah Jetzt kannst du Ja Yay Was ist das denn jetzt? Eine Uhr Ich dachte das wäre ein Kompass Tja Haben wir irgendwo eine Uhrzeit gesehen? Vielleicht geht das jetzt hier an der Seite auf Vielleicht geht das jetzt hier an der Seite auf Hm Ah Es ist ja 50 Let's see Hey So Ein kleiner Schlüssel. Ja. So, ne, hier und dann. Nice. Der Lieblingsspiel. Doch nicht. Ich sag doch dein Lieblingsspiel. Das wird ein Schiffchen. Oh, hell. Eine diamantförmige Metallform. Krass, das musst du drehen. Ja. Fast wert. Ich. Ein roter Klot bin. Kannst du irgendwas drehen? Ah, nee, das musst du so hinkriegen, ne? Oh, ja. Schau, schau. Ja. Hier. Kapitel abgeschlossen, du hast die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt, doch dein Leidensweg wird nur noch schlimmer. Ja. Ja. Das freu ich nicht. Der Kalender der Maja. Das Ding, was sich zur Seite geschoben hat. Und jetzt. Du bist gefangen. Du musst raus. Linde. Warte. 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 Hier fehlt was. Zupfen ziehen. Ich darf hier nichts ziehen. Du kannst dich doch bestimmt drehen im Raum, oder? Nicht mehr so. Und die andere Richtung? Nicht mehr so. Hm, interessant. Wann nutzt du mal das Opulär? Was ist denn da draußen, was ist so gut? Na, da darf ich auch nicht wirklich hin. Da draußen. Naja, aber du kannst auch ein bisschen drehen, dass man da vielleicht was sehen kann. Es hat sich bewegt. Hm? Es hat sich da gar nichts bewegt. Oh! Scheiße, er hat recht. Danke. Ich hab's auch nicht gesehen. Die sind aber jetzt nicht immer vom Schiff. Eine Kiste. Mit einem Schlüssel. Ähm. Oh, das ist schön. Das magst du, ne? Patschi, Patschi, Patschi. Aber nicht richtig rätseln. Tja, und jetzt? Dass du noch du einfach schdoes nach, das passt. Tja, GuNT. Tja. Tja, Tja? Tja. Ja, würde auch sagen, aber ich ... ja, rot. Müssen wir vielleicht noch mehr ... Gucken wir erstmal den Elefantenraum an. Ein kleiner Spielstein. Ich habe auch ein bisschen Hunger jetzt irgendwie. Wieso Hunger? Ach, noch ein Elefant. Ich habe nicht viel gegessen heute. Ach du Scheiße. Okay, ja. Und hier ist ... Ich bohre das Auge. Ihhh. Aber es wird bestimmt eklig sein. Ist das das Auge? Nö. Ein goldener Turm. Tun wir ihn hier rein. Oben auf der Kiste ist ein kleiner Schlitz. Ihhh. Haukenschaschlik. Ich glaube das schmeckt nicht. Da ist eine Durchbohrung oder eine Bohrung. Da kannst du bestimmt einen Turm reinstecken. Schwuck. Wieder ein Raum. Wieder eine Tür. Wieder ein Raum. Du bist entweder ebenso verloren wie ich oder du hast mich aufgegeben. Das, was wahrscheinlicher ist. Wieder ein Raum. Wieder eine Tür. Und doch niemals Hunger. Niemals jene willkommene Pause des Schlafs. Wieder eine Tür. Wieder ein Raum. In meinem Buch verzeichne ich sie. Doch zählen kann ich die Striche nicht mehr. Ich zähle die Seiten. Das Schreiben bewahrt mich voll im Irrsinn. Das rede ich mir ein. Ich habe diese Hölle nicht verdient. Mhhh. Doch. Geh doch mal. Da sind doch Sternzeichen eigentlich ganz. Das U. Das kenne ich nicht. Ich wüsste gern wie ich das verschieben kann. Gar nicht. Was? Was? Achso, das ist die Tür hier. So, was war eigentlich hier mit diesem krassen Licht? Sehr geil. Ähm. Schlitz für Spieltoken. Ja. Probieren wir mal. Aber sieht nicht so aus. Nee. Aber. Geh mal. Guck mal da unten. Nein. Geh mal wieder nach oben. Guck mal. Da ist irgendwas. Ja. Da habe ich den Turm weggenommen. Achso. Da hast du den Turm weggenommen. Jo. Wir haben Interesse an ihrem krassen Licht. Ja. Wird passiert, wenn ich jetzt hier... Ja. Du kannst zumindest die Teile verschieben da durch. Die da drauf sind. Ja. Oh, das geht gar nicht. Na gut. Dann weiß ich es auch nicht besser. Kannst du nur nach vorne schieben, aber nicht nach unten. Hm. Komisch. Ja. Ja. Schon. Aber wenn du das nicht nach unten schieben kannst, dann kannst du es auch nicht. Das Richtige. Das Schlitten nach rechts geht hoch und runter. Ja. Möchte ich auch haben. Also man sieht ja hier die Einkerbung. Aber ich kann es nicht verschieben. Ich glaube du musst erst die Richtige. Wahrscheinlich hier mit. Dreiecke und Vierecke. So müsste sich das Ganze bewegen lassen. Ja. Schön. Aber du musst Dreieck und Viereck rein tun. Aber du hast noch glaube ich nichts dafür. Und dann kannst du es verschieben. Weil da sind diese Symbole drin. Jo. So. Gucken wir doch mal was wir noch hier im Raum haben. Eine Fackel. Durchbohre das Auge. Ciao. Es tut mir so leid. Ich werde langsam müde. Sollen wir aufhören? Und dann kannst du ja weiter rätseln. Oder ihr könnt weiter rätseln. Oh. 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 Keesdamage. Eine Schnur. Was mache ich mit der Schnur? Oh. Ich kann es nicht sagen. Na am Brust. Durchbohre das Auge. Guck mal. Oh. 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 Schau. 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 Das ist kein guter Pfeil, wa? Wo der Abzug sein sollte, ist eine Aussparung. Ein kleiner Holzgriff. Ah. Ja. Ja. Das heißt, wir können weiter machen mit der Kiste. Schwupp. Yes. Oh ja. Das geht nicht. Du musst doch ein Stück. Ja. Yes. Yes. Schön. You did it. Gut gemacht. Ein Raketenwerfer. Abzugmechanismus. Raketenwerfer. Okay. Das ist ja genauso zerstörerisch wie ich jetzt. Ja. Hey. Ein Armbrustpolzen. Da sind noch ein paar mehr. Ich habe bereits einen. So. Wo ist das Auge? Du guckst gerade rein. Echt? Ja. Wo ist das Auge? Ich sehe keins. Dein eigenes. So. Hm. Ich weiß nicht, wenn du dich dann vielleicht im Raum drehst. Hä? Ich konnte das doch gerade irgendwie... so. Schön. Wofür ist der Schieber hier? Und warum kann ich dich nicht bewegen? Und warum kann ich dich nicht bewegen? Ein Papyrus. Ich sehe ein einstmals mächtiges Volk, verdorben von heidnischen Eindringlingen und ihren Seuchen. Sie erbitten den Willen der Götter von ihrer Priesterin, doch der Jaguar und die Federstange sprechen nicht mehr mit mir. Der Kristall unserer Urmütter wird angerufen. Ich möchte mit ihnen sprechen. Ja. Hau rein. Die Spiegel ist kaputt. Kaputt. Sieht so aus als würde ein Teil fehlen. An der Seite ist doch ein Teil oder? Ja. Oh. Okay. Und was mache ich jetzt mit dir? Müssen die sich treffen? Oh nein. Mit dem Tod. Doch nicht. Wie man es macht macht man es verkehrt. Ja. Ja, das mittlere Teil ist wichtig. Oh, weg hier. Hier ist noch ein Mechanismus. Hier fehlt wohl ein Teil. Nun gut denn. Das hier macht mir auch Sorgen. Hier müsste irgendetwas passen. Ja, das ist das, wo wir hergekommen sind, wo das rote Symbol auf dem Boden ist. Aber ja, trotzdem habe ich das vorher nicht gesehen, das Symbol. Das Symbol ist immer auf der Tür drauf. Und die ist auf dem Boden geklappt. Und hier ist noch irgendwie ein Schlitz, da können wir irgendwas reinstecken, aber... Das passt. Man weiß nicht was. Das Auge haben wir erfolgreich beschossen. Oh, ich darf aber noch einen Anbrustbolzen nehmen. Das heißt doch bestimmt auch, dass wir... Dürfen wir noch irgendwo anders drauf schießen. Wahrscheinlich, sonst kannst du das hier nicht drehen. Also ich kann es nicht weiter als so nach links drehen. Aber du kannst es nach rechts drehen. Und ich kann nicht weiter als so nach rechts drehen. Kannst du nach oben? Bis zum... Hm. Die Fackel. Ich guck mal, ob es geht. Das probiere ich noch aus und ich glaube dann... Bis zum Morgengrauen. Mache ich auch erst mal... Ich komme nicht ganz ran an die Fackel. Was ist, wenn du noch mal in das Loch schießt? Habe ich gerade versucht. Achso, hast du schon. Piu. Passiert nichts. Dann musst du woanders hin schießen. Das kann ich so bestimmt nicht benutzen. Andere Seite. Ja, klar. Mache ich auch noch. Piu Piu. So. Und dann schießen wir hier irgendwie in die verdeckte Fackel. Da ist was passiert. Klack, klack. Noch weiter rechts. Okay. Ich mach... Ich guck mal nach einer ganz anderen Fackel jetzt. Äh. Okay. Ja, da kann ich rein schießen. Wollen wir mal. Naja. Kaput. Das juckt dir nicht. Ja, das ist natürlich direkt an der Wand hinter der Fackel abgeprallt. Nicht an der Fackel selber. Nein. Das ist aber schon irgendwie unbefriedigend jetzt aufzuhören. Und dann mach weiter. Ja. Ja. Machst du? Ich mach noch ein bisschen weiter, bis wir zumindest diesen Raum noch gelöst haben. Okay. Dann... Bis später. Bis bald. Hm. Was mach ich jetzt hiermit? Bitte. Goodnight. Bis dann. Viel Spaß noch. Jo. Danke habt ihr auch. Ach. Bitte. Geil. Emblem. Ach. 안돼. Machst du? Neug TM Knit. Ach. J == entrada? Neug pedestal. cious. Ich weiß trotzdem nicht so richtig, wie mir das jetzt weiterhilft hier. Ah! Aaaaah! und jetzt ach der muss oben sein warte mal vielleicht kriegen wir das hin wenn wir das so machen und dann so so verzieh dich ha ein schlüssel der ist für die troe hier unten so so ein großer steinblock der ist dann wahrscheinlich für den mechanismus hier hinten oder ja noch mal boah wie oft denn noch danke eine glaschärbe okay dann versuchen wir die mal rein zu bauen baum eine symbole ja also ich glaube maya hat noch obsidian geschliffen gehabt also poliert jetzt jetzt fehlt mir die alley ich glaube so ich glaube so ja ich glaube so ich glaube so jetzt hier drehen oder so ne ne ach so vielleicht passt da etwas drauf aber nicht mein gold prängel hier fehlt einer hier fehlt einer den haben wir schon gehabt oh wait wait ahhh hier haben wir den rausgeholt den dolch wo ist denn die andere kiste gewesen jetzt oder war das die hier ich komme ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander boah das handelt irgendwie an so ein altes 3d computerspiel ähm voll an treppern okay ich kann mir das nicht merken schreibzeug ja komm schon komm schon okay ach ich dachte ich hätte jetzt schon mal den ganzen Weg zurück geben müssen aber ähm ja mit den Nieten können wir glaube ich noch nichts wirklich machen da fehlt hier noch eine hier fehlt zweifels oder ein Edelstein ja gut vielleicht ist hier in der kiste noch etwas in der kiste befinden sich seltsame metallfassungen ja dann 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 nicht warte es riecht nach verbranntem stroh hm hm was mache ich jetzt mit dem dolch ja ähm also ich kann das auch nicht nachvollziehen wie der nach diesen ganzen trips dann irgendwie noch sagt das ist ja auch komisch das ist ja auch komisch ich habe keine ahnung wohin mit dem dolch hier hier ist irgendwie eine kerbe in der in der in der dnc oder oder was ne ja doch aber ist egal der neue code ja stimmt hast recht den spiegel der ist ja nicht können wir immer noch machen so s hast du gesagt und ähm file oder genau so machen wir das so und jetzt drücken wir einfach hier den dolch oben rein und dann sesam öffne dich ne verbrannte stroh eine strohpuppe ein kleiner edelstein oh muss ich jetzt echt immer wieder hin und her mit dem spiegel das wäre mies aber bleibt mir wohl nichts anderes über schau gleich noch auf die nieten ja gute idee so oben links leer leer und dann leer 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 niete leer niete leer ok ein kurzer blick hier auf unsere tafel tafel ähm ja kriegen wir irgendwie hin hin nicht die haben wir gesagt hier und dann den und den ein Feuerstein ich sehe finstige Leben künftige Leben ach, einstige Leben unmögliche Leben ok ja, und jetzt aber das hier lässt mich ja immer noch nicht in Ruhe hier mit den ach so, muss ich jetzt mal gucken hier hat das diese Lightshow da so, Moment es riecht nach verbranntem Stroh das heißt, wir packen den Jojo jetzt hier rein und dann zünden wir ihn an hui, Feuerwerk Bäm ja, fast das war jetzt weniger spektakulär als er verratet, ehrlich gesagt ja, da ist jetzt noch eine Fackel angegangen und jetzt hinter den Stangen ist eine Art Mechanismus aber ich komme nicht an ihn da ran das ist natürlich schrecklich hier ist aber das andere Stück von dem Zeug oder vervollständigt der ja, und hier ist jetzt irgendwie eine Tafel und eine Fackel angegangen und so aber wirklich was damit tun kann ich anscheinend nicht muss ich jetzt wieder zurück probieren wir es mal so das hier war das eine Symbol und dann das so, new ja, ich würde gerne diese Metallfassung mitnehmen, aber mit der Armbrust auf die Maske schießen oder auf die Säcke weil für die Säcke reicht es aber für die Maske wahrscheinlich nicht ja, komm ja weiter als so komme ich leider nicht schieße ich auf den leichteren oder auf den schwereren ja, komm auf den schweren hm das ist ein ganz schnarchter Sack aber hey auf den linken war doch auch das Zeichen gewesen, ne ja dann schießen wir mal auf den anderen hier boah pfeifen ich schon wieder alle so ne Scheiße so ich bin stumpf wie mein Spiegelbild unsere Götter leben nicht hier dieser Weg bringt keine Erlösung dieser Weg ist nicht der meines Volkes ich muss es von ihm abhalten auf nichts kann man sich mehr verlassen wie so ein Metallmoped aber ich bin stumpf wie mein Spiegelbild das ist auch schon irgendwie bisschen witzig ja ach so ah ja gut und jetzt ach eine Metallscherbe mehr nicht mehr nicht na gut ähm wo braucht man das denn nochmal all der Aufwand für das ja ich fürchte fast ich muss mal wieder in den Spiegel gucken und dann irgendwas tolles sollen machen geht der kleine Wandschrank auf ähm wahrscheinlich aber ach so warte mal hier kann man ja ah super gut damit kann man anscheinend irgendwas trennen also irgendwas was zusammengepappt ist dann hängt man das da dran und dann wird es auseinandergerissen ähm aber wie gesagt ich vermute ich muss jetzt hier nochmal in die Zukunft oder so oder Vergangenheit dann hängen wir hier die Steinscherbe auf genau das sieht gut aus und dann Gras oh man so oh hi ich hab ein Menschenschädel und was ist da drin noch nischt das ist einfach nur das Gehänge davon haben die hier den halben Mann reingepackt oder was na gut das sah halt hier irgendwie so ein bisschen aus wie wirbel sollt oder sowas ähm ja gut okay dann hängen wir den jetzt mal auf so und dann teilen wir den ja gut dann das das wollen wir gar nicht wissen wie weit da reinkam das sind wahrscheinlich einfach die Gedanken der bekloppten ah so 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 konnte irgendwie ähm ich bin irgendwie noch nicht so ganz überzeugt wie dieses geflackern macht es nicht besser so 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 Du hast dich im Tempel gut geschlagen, möge dich das Schicksal durch diese immer düster werdenden Kammern gleiten. Ja, ich denke, da haben wir jetzt auch einen ganz guten Ausstiegspunkt gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat Spaß gemacht und ja, vielleicht werden wir da sogar alsbald dann weiterspielen, vielleicht morgen schon, mal schauen. Nun gut, dann auf Wiederschauen, gute Nacht und auf bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 ist auch fertig. Dann wollen wir mal direkt hier rein starten. In den Raum. Wo ist mein Studio da? Bäm. Gut. Machen wir da weiter wo wir letztendlich aufgehört haben. Ja hi, hi, hi. Und ich gehe davon aus, dass die Maus weiterhin sehr versetzt sein wird. Also nicht wundern. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal. So, was haben wir denn hier? Pokertisch. Und sonst nix. Eine Kamera. So wird das aber nix mit dem Bild, oder? Na. Gucken wir uns erst mal um andere Sachen. Zum Beispiel das Blatt Papier oder den Brief hier. Von Maggie Cox. Für Simon Grayson, den großen Kahn. Was ist bloß aus dir geworden? Du weißt, dass ich deine Lügen durchschaue. Nur mich konntest du niemals blenden. Ich weiß, dass du es hast. Hast du ohne mich angefangen? Das klingt fabelhaft. Dieser Journalismus lässt mich nicht in Ruhe. Ach, dieser Journalist lässt mich nicht in Ruhe. Und du stehst in meiner Schuld. Seit wann kannst du denn dem Licht der Öffentlichkeit widerstehen? Wir werden Pioniere sein. Ich werde um neun am Löwen sein. Du wirst dort sein. Ich kenne dich. Max. Ja. Hier ist ein 5. Tja. Hm. Aha. Okay. Kleiner Schlüssel. Habt ihr euch gestern diesen Raum überhaupt angeguckt? Oder seid ihr nur rein? Ne. Ich bin nicht mal reingegangen. Ich habe letzte Nacht dann, als der einen Raum fertig war. Da hat man dann die Möglichkeit entweder weiter zu spielen oder zu beenden. Und dann habe ich auch beenden gedrückt. Ah. Ja. Genau. Wir haben nur den letzten fertig gemacht. Hm. Was ist das hier? Ein Scharnier oder so? Ja. Eine Klappe. Ja. Kann ich auf jeden Fall noch nichts mit machen. Oh Gott. Na, ich glaube, das lassen wir auch erstmal noch bleiben. Hier fehlt anscheinend was. Ein Brief. Wenn du hier bist, waren meine Mühe nicht umsonst. Einen Sinn zumindest hat mein Versprechen mir gegeben. Wenn es mich verdammte, dich in die Gefangenschaft dieses Ortes geführt zu haben, dann biete ich dir nun meine Erlösung. Endlich habe ich den Schlüssel. Das Geheimnis dieser Welt, der Welten dieses Orts endloser Orte. Mit ihm kannst du den Schleier lüften und hinter den Vorhang sehen. Wir müssen dem uns gebotenen Weg nicht folgen. Ah. Es. Ja. Ein Fetzen eines alten Fotos. Ja, nicht. Das kann man nicht umdrehen. Die Leuchte hier ist anscheinend interessant. Ist hier noch was? Ja. Wahrscheinlich kommt da irgendwas rein. Oh. Schau, schau. Fingerdrücke. Aha. Das könnte ich also zur Seite schieben. Vier. Na gut. Dann gucken wir erst. Weiß ich nicht. Ist hier der Schrank? Oh, da ist ein Foto. Jo. Wird das... Oh nein. Dein Lieblingsrätsel. Super gut. Ja. Das Schloss hat eine seltsame Form. Der Schlüssel auch, aber ich fürchte es passt trotzdem nicht. Ne. Nee. Nie im Leben. Tja, schade. Hier an der Seite. Es hat einfach nur Licht hier von dem Fenster. Leuchtet auch so blau hier unten links am Schrank. Naja. Tisch. Glas. Äh. Schrank. Nehmen wir das mal. Ein Sucher. Fräulein Marguerite Cox. Nein. Robert Bailey. Wie auch immer das ist. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich höre diesen Namen und auch Marguerites erst mal hier in diesem Spiel. Das ist korrekt. Okay. Was soll das jetzt? An diesem Knopf fehlt sicher etwas. Na gut. Außenseite des Tisches war anscheinend nichts. Das ist der Rohgarten auf dem Tisch. Ja. Genau. Keine Spielkarte. Hat keinen Poker. Ja. Schade. Achso, wir haben ja einen Sucher, der gehört bestimmt in die Kamera. Die Frage ist, wo? Was ist das? Das sieht gefährlich aus. Das ist halt ein Blitzapparat, aber da fehlt das Leuchtelement. Kannst du mit der Kamera sonst nichts machen? Hm. Ja, hier kann man diverse Dinge tun, aber... Ich wüsste nicht wie und was. Seltsam. Dann müssen wir wohl doch wieder zum Schreibtisch da hinten gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich meine, hier ist eine ganze Menge, aber... So wirklich... Was, wo ich jetzt weiterkommen sehe ich hier nicht. Normalerweise gehen doch hier diese Dinger auch auf, ne? Mhm. Aber du kannst ja auch verschließen mit dem Schloss. Ja. Das stimmt. Haben wir schon irgendwo was gesehen, was hier... Weil da muss ja auch irgendein Sinn hinter sein, ja. Eigentlich hinlisslos, aber... Hm. Mhm. Das Bild hier oben darf ich mir auch nicht ansehen. Kannst du dir diesen Schlüssel nochmal anschauen? Ja. Kannst du den drehen, ach so nach vorne? Mhm. Vielleicht passt du doch in den Schrank. Obwohl, ne, eigentlich gar nicht. Ne. Ähm, ich guck mir das hier gerne nochmal an. Mhm. Ne, glaub ich nicht. Das sieht so merkwürdig aus. Mhm. Dafür müssten die Teile nach vorne ausgerichtet sein. Ja, und das Profil, das bringt auch nicht wirklich was. Hm. Ja. Oh. Wofür soll das Glas gut sein? Naja. Ja. Vielleicht kannst du da Wasser reinschütten und da durchgucken. Ja, aber wir haben kein Wasser. Das war noch ne Idee. Ich darf mir nicht mal das Feuer angucken. Was kannst du dir überhaupt angucken? Also den Schrank, den Tisch und... Kamera. Kamera. Und diesen Schreibtisch oder was auch immer ist, wo das komplett verschlossen ist. Mhm. Eventuell eine Linse. Was passiert denn wenn ich hinten den Sucher rein drücke? Oh. Schau. Ja gut. Kleiner Metallgriff. Ja. Nehm ich. So. Haben wir dann auch ausgefahren. Und jetzt? Können wir nichts machen, weil uns der Blitz fehlt. Ja. Wir können ja schon mal durchgucken. Oder auch nicht. Haha. Bestimmt kann man das hier wieder... Ja. Drehen. Ah. Jetzt kannst du mal sehen. Jetzt ist es verschwommen. Ist scharf. Jetzt ist es verschwommen. Okay. Okay. Boah. Okay. Hm. Haha. 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 Was soll mir das sagen? Wir können ja erstmal nach dem Brief gucken. Unendlich. Und hier ist die 2. Hm. Falls wir die irgendwann mal brauchen. Oder sind diese Nummer vielleicht für die Schalttafel hier vorne? Dass man weiß welche man umlegen muss. Aber das wäre ja doof. Irgendwie. Hier kommt unser Schlüssel zum Einsatz. Oder? Die Form des Schlüsselendes passt nicht zum Schloss. Hm. Ja. Irgendwie so halt dann. Nee. Nee. Gar nicht. Das kurze Ende muss doch... Ja. 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 Aber so oder so. Also ich glaube... Nee. Der Schlüssel passt tatsächlich gar nicht da rein. Aber ich hätte jetzt was anders gemacht. Hier vielleicht. 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 die Form des Schlüsselendes passt nicht zum Schloss. Hm. Aha. Aber ich glaube das andere passt dann auch. Ja. Ich fürchte auch. Da hast du dann falsch gemacht. Äh. Ich darf nicht ganz in die Schublade reingucken. Oh nein. Du musst halt... Du musst die Schubladen rausschieben und dann irgendwie eine Zahlenkombination hier eingeben damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha. Das ist nicht so schön. Okay. Mach doch die andere auf. Mhm. Also das lange Ende muss nach unten. Ja, ist schon richtig sauber. Aber genau das muss dahin. Und das hätte ich jetzt so gemacht. Genau. Ja, aber das zeigt ja nach unten hier irgendwie. Das heißt, das darf eigentlich nicht nach oben zeigen. Hm. Hopp. Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn so, oder? Vor allem noch nicht. Ach. Ja. Okay. Ha. Okay. Wollte schon sagen, ne? Guck mal. Ist das ein Zauberwürfel? Vielleicht? Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit dem anfangen soll. Die Kiste von Pandora. Ich darf auch nicht weiter ranzoomen. Mhm. Aber du hast ja noch andere Sachen auf dem Tisch. So, warte mal. Was haben wir denn eigentlich gehabt? Wir haben hier ganz unten eine 5. Mhm. Dann haben wir hier... Eine 4. Ein Buch war eine 2. Eine 2. Eine 2. 5. 4. 2. Irgendwie so. Ja. 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 Oh. Krass. Ein Lampers. Ja. Eine Birne. Tschüss. Ah, jetzt haben wir hier eine Küste. Schön. Wie cool ist das denn? Ich weiß aber noch nicht so hundertprozentig, wo wir überhaupt hin müssen. Da unten? Achja. Das heißt, ich kann jetzt... Ne, kann ich nicht. Äh. Gut. Hm. Okay. Das heißt, wir gehen hier hin. Du musst oben bleiben. Genau. Kann man um die Ecke gehen? Ja. Ach. Oh Gott. Das müssen wir bestimmt dann auch machen irgendwann. Hm. Kannst du den Weg nicht folgen jetzt? Ja. Bis hier hin. Dann geht es nicht weiter. Ah. Okay. Und jetzt musst du das... Ja. Das ist doof. Äh. Ach. Fertig. Fein. Cosmos. Karota. Karate Sterne. Die kannst du bestimmt direkt auf den Tisch legen. Ja. Machen wir auch. Gucken wir mal, was es bringt. Wahrscheinlich noch nicht viel. Aber es ist wahrscheinlich weiterhin. Da hinten. Genau. Sterne. So. Fehlen noch zwei. Tod und Null. Finden sich bestimmt noch. Ja. Also möchtest kannst du auch die Glühbirne da reinschreiben. So. Und jetzt kann man mir einen Bildschip... Weiß ich noch nicht. Machen. Uh. Witzdings. Ah. Toll. Gruselig. Die Headbang voll. Ja. Hm. Ist falsch. Oh. Oh. Na. Ist falsch. Sind das schon die Richtigen drauf? Die Frage ist, welche sind die Richtigen? Keine Ahnung. Wir haben immer noch diesen lustigen Schlüssel, oder? Ja. Das heißt, wir werden die noch brauchen? Oder ist das ein anderer? Äh. Ich nehme an. Wie braucht man denn noch? Ich meine mit den Enden. Die du verschiedenartig anordnen kannst. Ja, die haben wir noch. Okay. Die Glocke muss man auch irgendwie umschieben. Wie, wann und wo. So, das haben wir schon gelesen. Hm. Hier ist auch wieder dieses Schlüsselzeug. Ja. Aber... Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Tisch, die wir nicht angeschaut haben. Meinst du hier den hinteren? Ja. Direkt in der Mitte das, oder? Da schreibt man schon, da fehlt auf dem wahren Teil. Mhm. Tja, und welcher? Ja. Unendlich. Aber ich darf es mir nicht angucken. Hast du schon dein... Ach, du hast kein... Also... Noch hast du wohl. Dein Ocular. Ja, ich habe das schon mehrfach genutzt, aber... Noch nicht überall, gebe ich zu. Aber... Äh... Ich wüsste auch nicht genau, wo ich das noch... Wohl... Hier am Tisch, vielleicht. Naja, sehe ich aber auch nicht wirklich was. Hm. Vielleicht in der Glocke noch. Ja, komm. Links die rote Scheibe. Gut. Welche rote Scheibe? Ja, weiß ich gerade nicht. Ach so. Ähm... Du meinst, die hier hinten am... Äh... Die hier meinst du? Stimmt. Ach so, ja. Aber die habe ich ja schon weggeschoben, um dann die vier zu... Ähm... Ja... Zu entlarven. Aufzudecken. Komisch. Hm. Ich wüsste aber auch nicht, weil ich jetzt hier auf diesem Bild noch sehen soll. Schieben kann ich es nicht. Mit der Linse ist nicht wirklich was zu sehen. Und auch so nicht. Kann ich vielleicht einfach nochmal ein neues Foto machen. Ach, das ist jetzt kaputt, oder was? Ja, toll. Ist anscheinend fertig. Ja. Ja, jetzt. Wir können auch den Schrank untersuchen. Im hinteren? Mhm. Dann gibt es nochmal mehr Schränke hier. Oh, hinter dem Glas befindet sich ein anderes Foto. Ja, genau. Hinter dem Glas. Ja. Ich darf mir aber die anderen Sachen hier auf der Seite noch nicht angucken. Die Frage ist, ob wir sie brauchen. Mhm. Ja, einfach mal irgendwelche Karten versuchen hier reinzulegen und schauen, was passiert. Aber das sind verdammt viele Möglichkeiten, ne? Sterne Wissenschaft zu Hause. Nein. Nein. In ihren Briefen gab es auch keinen Hinweis. Ich glaube nicht Also ich gucke mir das gerne mal an Journalist Öffentlichkeit 9 am Löwen Ich glaube hier oben gab es keinen Brief, oder? Doch, da war einer Ja, hast den Schlüssel und hinter den Vorhang gucken Ich meine ja, wir können auch mal hier gucken, ob wir irgendwie den Vorhang an... Oh, warte mal Oh, da ist was! Ah, für den Schlüssel Ja, du musst den schon richtig anordnen Ja Ich glaube schon So, vielleicht Na, ist schon empfindlich Ja Alter Das ist falsch rum gemacht Meinst du vielleicht dann so rum? Vielleicht? Weiß nicht Ja Ich weiß noch nicht so hundertprozentig Warum ich die Sachen schieben soll Vor allen Dingen wohin? Das hat zumindest geklackt Ja, und jetzt? Ach so Ach so Ah, okay Ich konnte das Metallsymbol jetzt rausnehmen Mhm Cool Und das Metallsymbol Hat für mich keine Bedeutung Noch nicht Kann man das hier vielleicht an der Schreibmaschine festmachen Ach komm Nö Sieht nicht so aus Hm Ach so, hier Hier, hier, hier Mhm Sieht doch schon, ey Ein langer Metallhebel Der ist wahrscheinlich für die Schreibmaschine Ja Unendlich stand da, ne? Ja Ich muss immer das Alphabet in meinem Kopf vorsingen Ich muss immer das Alphabet in meinem Kopf vorsingen A, B, C, D, E, E, F, E Mhm Wirklich das Lied Bestimmt Fertig Wir begannen zu Hause Wir begannen zu Hause Den Blick auf die Sterne gerichtet So viel zu entdecken So wenig Zeit Dankeschön So, zu Hause, Sterne, Zeit Ja Sehr schön, sehr schön Sehr schön, sehr schön Joaoje Sterne Sterne Zeit Zeit Das hier, glaub ich Zeit Ja, ja, ja Geh fersen Oh je Reise Reise Ja, mach ich Ja, und jetzt? Ja Schreibmaschine Zahllose Schiffe leiteten uns zum Triumph Verborgener Tempel Zuhause zeigtest du Dich als Seichter Freund Schiffe Zuhause Und dann? Schauen wir mal Hm Hm Was haben wir denn? Ja Schiff Schiff Zuhause Freund haben wir nicht, ne? Tempel haben wir aber Tempel, ah Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche reinfragen Wie? Äh Schiffe, Tempel, Zuhause Ja Schiff, Tempel, Zuhause Schiff, Tempel, Zuhause Schiff, Tempel, Zuhause Oh, das Glas ist runtergefallen Das ist natürlich schrecklich Naja Vorhin war es nicht Endlos Ja Es hat nicht genau wie unendlich Ähm Ich bin mir nicht sicher Also das Rätsel gefällt mir nicht so gut Nein, Endlos Ja Apropos Endlos, haben die hier Endlos Papier drin? Wirklich? Diese fremden Sterne Oben Diente ich Allein dem Tod Scheiße Haben wir nicht Die Wissenschaft Hat Mich Gerettet Meine Muse Ey, das ist unfair, ich kann nicht lesen, was da steht Mit dem Okular vielleicht Ja Haha Hoch, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch Soll ich aufschreiben? Ja Ich glaub du brauchst nur HHRR und sowas Äh, jetzt hast du mich wohl aus Ok 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 Ja Gut, danke Gott Uhh, hoch, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch Ah, so hast du schon. Oh, der Tod. Der Tod. Oh, ich habe aber einen... Sterne, Tod und... Wissenschaft. Ist Wissenschaft auch? Ja. Eine Tarotkarte. Sterne, Tod und Wissenschaft. Ja, also aber kriege ich glaube ich gerade noch hin. Sterne, Tod, Wissenschaft. Ja, null werde ich am Ende brauchen. Hoffnung. Ich finde es natürlich, wenn es auf Englisch wäre. Ja. Die Null schenkte mir Zeit für die Werke eines Lebens. Lebensdutzend. Nun kehrt der Tod wieder und verlangt das Erseine. Ähm... Und hier kann er es nicht geschrieben? Ja, null Zeit tot. Ja. Okular, ist da was? Ne, schade. Ja, ähm... Fuck. Hm. Ich meine, was soll ich jetzt tun? Das hast du auch schon fertig. Ja, das habe ich fertig, aber wo ist die Nullkarte? Tja... Ähm... Vielleicht brauchen wir sie gar nicht. Das Ding will wieder, dass ich mir Tipps nehme, aber nein. Eine kleine Glocke? Oh! Eine kleine Glocke? Oh! Ein Glockenklöppel. What? So? Na komm. Ist das ein Schlüssel? Ja. Ja, es ist ein Schlüssel für den Schrank und für die Seite von der Kiste oder von der Kamera? Ich weiß es ja nicht mehr. Weiß nicht. Äh... Wie? Und die Seite geht nicht auf, oder wat? Hm? Alter! Vielleicht geht die Ersten durch einen Mechanismus auf. Oh Mann, ist das so dunkel? Ich kann es gar nicht sehen. Hm... Ach... Oh! So, und jetzt? Sieht schief aus. Ja? Ich glaube schon. Ein bisschen. Ich finde, das sieht voll gut aus. War gut. Aber ich kann damit noch nichts machen. Kannst du noch etwas anderes anschauen? Oben die Bücher. Ja, vielleicht ist da irgendeine Karte drin. Mechanismus. Hm... Wie die andere drin? Hast du recht? Fast. Oh... Wofür denn? Der Schrank ist zur Seite gehüpft und hat gesagt, hey, ähm... Äh... Geh auf. Und hat dann ein Tresor hinterher irgendwie freigegeben. Schwupp. Wenn... Kaaannn! Ja, hier sono gut fürAs называется sch Atlantis. Ras Kṛṣṇa! Eresen kurz själv, wo мик건 Aufs Sedan, es geht umsonsten an. Psalm. Der Geist. Die Schüssel malacy environments machen. Was wütend ist, das? Machen wir erstmal jetzt die Seite von der Kiste. Da war ja was. Ja, würde ich sagen. Die Scheibe fällt wahrscheinlich ab. Doch nicht. Eine Messingscheibe. Eine Scheibe! 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 Du weißt doch, wohin mir die Scheibe. Scheibe, scheibe, scheibe. Scheibe! Kaa! Genau. Nein! Kaa! Kaa! Ja. Ich glaube, mit Farb geht das nicht auf. Auch wenn es reinpassen würde. Was? Was? Ich will doch... Vielleicht musst du alle gleichzeitig... Wie hast du das denn gerade gemacht? Gedrückt halten! Ja. Nein! Nein! Was hast du getan? Ich habe die rechte Maustaste gedrückt. Oh, das ist ärgerlich. Jetzt zurück. Ich will doch nur Kahn eingeben. Bitte! Oh! Ja! 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 E! Ah! Und jetzt ein N! Das ist doch kein N! Hä? Doch. Das wäre witzig, wenn das kein S wäre. Ja, das wäre doch... Geschiss! Es ist offen. Es ist offen. Da ist die Nullgata. Jo, cool. Na komm schon. Null, Zeit und Tod. Jo. Null. Zeit. Zeit. Tod. Tod. Ja. Rattarrattarratt. Boah. Das war ja krass. Rattarratt. Die Tür geht aus. Oh, die Tür dreht. Oh, yeah. Das Glas ist kaputt. Es gibt nicht dein Glas mehr. In der Scheibe. Okay. Oh. Ein trippiger Film. Oh, der ist Toad. Der ist auch Toad. Ist es die gleiche Person? Ist es eine andere Person? Ich freue mich. Der ist ein Brief, oder? Guck mal, wie er sich freut, uns zu sehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Nun erkennst du die Wahrheit. An diesem Ort läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert. Wer vermag das zu sagen? Ein Jammer. Ich muss dir hier ausharren, um den letzten Schritt deines Weges zu leiten. Alles ist bereit. Nimm dies. Damit findest du den Raum. Ah, es. Ähm. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Mach das. Hm. Ja, dann gib mir das doch jetzt. Oh. Ich dachte, ein Master Schwert. Mein Kumpel? Nee. Ähm. Ja, ich... Ach so. Ah. Ich muss den Knopf drücken und jetzt kann ich hier Sachen machen. Und eventuell war das die Person A.S. Ja, ich gehe davon aus. Ja. Nehme ich. Danke. Zierschlüssel. Ich kann in deine Uhr gucken. Das große. Ja. So, und den Schlüssel brauchen wir hier nicht. Mhm. Hm. Schwarzer Glibber oder sowas. Ich weiß es nicht. Glibber. Oh shit. Glückwünsche sind angebracht. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Seance unbeschadet entkommen. Klapp, 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 klapp. Ohne Hinweise. Ohne Hinweise. Ja. Ein Boot. Ist das auch ein Raum? Ja. Echt jetzt? Ich will scannen, wie das Boot heißt. Aber... Ich glaube so Boote haben keine Namen. Ja, aber hier ist doch eine Platte mit einem Namen drauf, oder? Eine Hundemarke? Ja. Es ist also kein Boot, es ist ein Hund. Nein, ein Boot ist sowas wie ein Hund. Oh, eine Kurbel. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so sicher mit diesen Tentakelwesen um mich herum. Was für Tentakelwesen? Das ist wahrscheinlich schwarzer Glibber. Äh, Kurbel. Voll gruselig. Wo zieht man den? Dahin? Bam. So. Oh. Boah, dass er immer so hell werden muss. Hallo. Hallo. Isolation. Was? Selbst kurze Reisen können große Entfernung überbrücken. Und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nur mehr bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Ich habe das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben in dem Raum jetzt. Möge die Macht mit dir sein. Ja. Vielleicht wäre da noch was im Wasser gewesen, wenn ich mich nach oben geschaut hätte, während ich mich dahin ziehen würde. Glaube ich nicht. Hm. benutze das Okular. Eins. Schraubenzieher. Genau das denke ich auch. Das Spiel ist recht ratlinig. Nur für Rätsel gemacht. So. Experiment. 2.07. Subjekt Beta-4. Ratus-Ratus. Deutlicher Aufhaltung. Subjekt Nekrose. Der Prä-Mortem Einflüssung von Serum 05. Temporäre Wiederherstellung. Muskelreflex bei Post-Mortem Elektrostimulation 75-85 mA. Ja. Boah. Okay. So. Eins haben wir gemacht. So. Jetzt müssen wir hier nochmal eins machen. Hallo. Hallo. Es geht nicht. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Wahrscheinlich müssen wir hier drüber irgendwas machen. Ja. Mach doch Okular und schau doch um ob da irgendwie noch was gibt was man anfassen kann ohne vorher zu rätseln. Ach. Nach unten. Was heißt das jetzt? Ich darf nicht weiter nach unten gucken. Das ist das Problem. Nee. Irgendwie komisch. Mhm. Dann guck dich doch woanders um noch. Ja. Hm. Das war das einzige? Mhm. Bisher schon. Experiment 1.27 Subjekt Alpha 17 Lamprina aurata. Subjekt zeigt kleine Reaktion auf Postmortem Einflösung von Serum 04 in Kombination mit Elektrostimulationen 110 bis 100 Bm. Merklicher Korpusverfall bei hohen Amperezahlen. Schlussfolgerungen. Coleoptera nicht für weitere Studien geeignet. Hm. Boah. Das ist mir irgendwie schlecht. Ach. Hier kannst du das Aukulan nicht benutzen. Fischauge. Perspektive. Ja. Was soll ich hiermit tun? Kann ich drehen? Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich glaube ich muss erstmal den Strom irgendwie anmachen. Mhm. Mhm. Ich glaube auch. Und dann musst du das Licht wahrscheinlich bündeln. Und da durchschießen. Der will das nicht da halten. Naja. Dann nicht. Die Schraube hält die Klappe verschlossen. Ein Kofferchen. Eine Holzkiste. Mhm. Symbole. Ja. Wahrscheinlich müssen wir wissen, was diese Symbole für, ich wollte sagen Buchstaben haben. Mhm. Für Ziffern haben. Hier passt offenbar etwas hinein. Zum Beispiel ein Schraubenzieher. Ja. Nee. Warte mal kurz. So. Hier passt auch irgendwas rein oder so. Hier passt auch irgendwas rein oder so. Das Spiel wird viel zu schnell Tipps geben, wie ich finde. Ja. Aber du sollst versuchen. Ich nehme sie nicht. Oh. Oh. Finde ich hier raus, welche Zahlen. Ach da. Guck mal. Du musst auf die Welle machen. Ich schreib das auf. Welle ist gleich. Warte. Welle. Durchgestrichenes S. Was war denn das andere? Was war denn das dritte? Also eins. Ach so. Durchgestrichenes S. Und zwei Striche oder so. Ja da oben sind die zwei Striche. Okay. Das ist sieben. Drei. Ja. Jetzt kannst du öffnen. Eins, sieben, drei. Yeah. Yeah. Eine Batterie. Und viel viel Strom. Jo. Zzz. Blitze. Äh. Was ist, was du jetzt den Hebel nach unten drückst? Ganz schnell. Und? Okay. Explosion. 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 Ja, aber jetzt haben wir eine Geladebattarie. So schnell geht das. Also wenn man irgendwie Elektroauto aufladen möchte, ist einfach hier eine Kurbel drehen und dann ist es fertig. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier noch irgendwie dran. Hm. Aber sieht nicht aus, als wäre da irgendwie Schlitzschrauben. Hm. Was haben wir denn hier? Ups. Was? Hier gehört sicher eine Filmspule hin. Okay, haben wir nicht. Und was sollen wir hiermit machen? Eine Eins? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal hier hin und tun da eine Batterie rein. Sind wir jetzt da eigentlich in dem Labor von AS? Weil ich kann sein... So. Jetzt können wir ballern hier. Jetzt bündeln das Licht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du hast es geschafft. Ja und jetzt? Oh. Oh. Wie eklig. Ein sternförmiger Griff. Warte, kommen wir jetzt... Wo und überhaupt? Ich glaube da wurscht. Sternförmiger... Irgendwas. Äh, ne. Hier ist ja kein Stern. Hm. Da kann ich nichts tun. Da kann ich nichts tun. Naja. Ein sternförmiger Griff. Ich habe noch nichts mit Sternen gesehen. Nee, ne. Aber irgendwo muss es ja. Hier vielleicht. Ja. In der Tat. Musst du vielleicht noch was drehen? Ja. Zwei. Nee. Kannst du jetzt nicht die zwei aufmachen? Eine Rolle mit Bildern. Oh. Kannst du jetzt da auch an der Seite mit dem Hebel ziehen? Wo du... Du bist auch bei der zweiten... Nee, da ist keiner. Doch, hier. Aha. Schön. Lass mal zu, ne? Ja, ich glaube auch. Das gefällt mir nicht, was da drin ist. Das ist ein... Spiegelkäfer. Wer kennt nicht. Experiment 5.01. Subjekt E.H. Ah. Ansatz oben rechts. Abtrennung. Schultergelenk. Unangenehm. Vollständige Aufhaltung. Subjekt Nekrose bei Prä-Mortem Einflüssung von Serum 05. Gefolgt von Post-Mortem Einflüssung von Serum 04. Perfekter Muskelreflex bei Elektrostimulation 77. Dreiviertel Millameter. Okay. So, und was haben wir hier? Käfer. Ein Käfer fehlt. Wenn die Aufschrift stimmt, müsste es ein Hirschkäfer sein. Ja, und... Jetzt. Na gut. Kommen wir bei uns mal um den Film, ne? Hm. Was willst du denn? Zeige. Film. Der möchte uns nichts zeigen, ehe wir nicht eine weitere Batterie einlegen. Haben wir... Können wir die eine Batterie da nicht rausnehmen? Ne. Hm. Das geht doch so nicht vorne. Ich darf das auch nicht mehr zurückschieben, damit er mir die Batterie wieder gibt. Hm. Ne. Wir müssen uns eine neue Batterie so besorgen. Oh. Das geht nicht mehr. Und Okula? Gut sind auch nicht, ne? Ne, muss schon da dran suchen. Hm, irgendwie nicht, ne? Hm. Ne, geht weg. Boah, sehr hell. Da möchten wir auch nicht gucken. Ich will schon wieder einen Tipp geben. Ja, wie immer. Sobald du mehr als zehnmal sinnlos rumgepickt hast. Der soll mich in Ruhe lassen einfach. So, wir haben den Schraubendreher noch. Das heißt, wir müssen irgendwo was aufschrauben. Hm. Tja. Hier unten an die Schubladen kommen wir auch nicht dran. mit dem Apparat. Ja, es ist komplett dunkel. Hm. Haben wir die Bugs angeguckt? Ja, hier unten fehlt ein Hirschkäfer. Und der obere ist so ein Reflektionskäfer, damit wir da wieder Dinge tun können, ne? Ah. Ich meine, ich kann nochmal hier unten, ähm, zurückdrehen. Auf, auf zwei, hört. Irgendwie. Vielleicht ist ja noch was in der Kiste drin, aber was ich nicht gesehen habe. Tja. Tatsächlich. Ein geschätzter Professor de Monfaçon. Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch den Zustand ihrer Schwester ist der fortgesetzte Aufenthalt in ihrem Anwesen nicht zuträglich. Ich bitte Sie, Madame Lucys schleunigstmögliche Rück... ...Rückbringung ins Sanatorium zu veranlassen. Mit ergebenem Gruße, Doktor Beckett. Beckett. Beckett haben wir aber schon mal gesehen gehabt, irgendwie. Ich glaube schon, ne? Hm. Irgendwie... Er zeigt jetzt aber nichts an, wenn du... ...hier drin... ...drückst, oder? Irgendwie... ...irgendwie... ...sagt auch nichts. Schraubendreher geht auch nicht. Ist dem alles egal, ja. Hm. Oh, ist das wirklich die Zeit gekommen, dass wir einen Tipp nehmen müssen? Nee. Ich bin voll dagegen. Ja, ich auch. Ich bin voll. Du kannst doch bestimmt den Griff um den Tisch schieben. Ich versuch's gerne. Ach, hier ist unser Kirschkäfer übrigens dran. Ach. Vielleicht musst du den Griff, aber könnte auch mit dem Schloss zu tun haben. Ich darf den Griff anscheinend nicht bewegen. Der ist wahrscheinlich hier unten mit dem Ding noch verschlossen oder so. Hm. Ja, hier oben darf ich auch nichts machen. Mit dem Spiegelzeug da. Tja. Hm. Also hier könnte man ja theoretisch noch, wenn man... ...irgendwie wirklich könnte, diese Platte hier abmachen und dann ist hier noch eine Schraube irgendwie. Aber... Und womit willst du die Platte abmachen? Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Kann sein, dass sie beim nächsten Event abfliegt. Ich kann aber einfach versuchen hier rein zu gucken. Und dann würde er hoffentlich sagen... Ja. Einfach mit elektrischen Anschlüssen. You don't say. Das ist komplett dunkel. Ja. Aber da ist irgendwie Strom. So ein Stromkabel, was bei dir nicht zu sehen, nicht so stark zu sehen ist. Ja, ich sehe es ja auf dem Forscherbildschirm, aber... Ich glaube, das kommt später. Aber Käfer kannst du gar nicht mehr anfassen. Kannst du nichts damit machen? Ja, generell die Käfer. Und da ist irgendwas davor. Ja. Nichts. Großer Griff. Fein. Nein. Pass bestimmt in diesen Tisch, wo du sowas rumschieben kannst. Kurbel, Kurbel. Ah, schau. Andere Richtung. Das muss da in diese Form einmaßen. Ja. Ja. Was ist das? Kannst du mir sagen. Hä? Kannst du weiterschieben eigentlich? Ja, kannst du. Wir können ja mal hier in den... Ja. Laser. In den Laser. Und wo zeigt er jetzt hin? Zum Back. Nee, nicht zum Back. Zum Back. Uh. Ekelig. Der ist krach. Der löchert rot da oben. Ja. Ach, das ist aufgegangen. Batterie. Bei den ganzen Chemikalien. Ja. Oder Einmachgläsern. Ich weiß es nicht, was das ist. Eben bei dem Kohlendrehen. So. Hi, da ist auch ein Käfer in dem Schrank. Da ist ein Käfer in meinem Schrank. So. Ja. Wir haben einen großen Nasraumkäfer gefunden. Kann man da am Schild irgendwie auf die Schildchen klicken? Nee. Und hier unten. Brief. Ja. Experiment 13. Subjekt L. Cardiac Viskus. Dauerhafte Aufhaltung Nekrose. Manuelle Durchführung. 77,75 mA. Lebensabbild nur wieder hergestellt bei Nullnähe. Kein Weg vorwärts, kein Weg zurück. Liebe Lucy, bitte verzeih mir, ich kam zu spät. Ist das Lucy? Der Käfer. Nee, Lucy. Aus dem anderen Spiel. Jetzt gehen wir nochmal Batterie aufladen. Ja, genau. Wir benötigen noch eine Batterie. So, da kurbeln wir nicht gescheit. Jetzt... Jetzt, oder? Jetzt reicht's, oder? Nein. Nee, bis das Rot ist. Jetzt aber auch. Oh, nein! Wir brauchen eine neue Sicherung. Ist sie nicht aufgeladen jetzt? Nee, ich glaub nicht. Hm. Eine durchgebrannte Sicherung. Ich werde sie entsorgen. Und wo? Der hat sie einfach auf den Boden fallen lassen, oder sowas. Die ist nicht im Inventar. Ja. Ach, schön, schön, schön. In der Zeit. In der Zeit. Genau, entsorgen. Fachgerecht. Supergut. Ist das diese Platte? Vielleicht das da, wo... Weißt du? Nee. Die Platte, da wo man schrauben kann, könnte das da sein, das so eine Sicherung ist, eine andere. Du meinst hier bei dem roten Kristallort? Nee, ich glaub... Wo war das denn? Hier. War die hier? Nee, ich war hier nicht. Warte hier. Wo war die denn? Wo war die? Wo du immer gesagt hast, da kann man bestimmt was machen, weil man da schrauben kann. Ja, da haben wir die kaputt jetzt gerade rausgenommen. Ach, das ist die Stelle. Och, nö. Na toll. Hm. Kann man den hier einfach kurz schließen, irgendwie? Naja. Kannst du die Platte hier rausnehmen? Nee. Ich darf das nicht mehr bewegen hier, oder was? Na gut. Ist ja schon fertig, aber kannst du die Batterie rausnehmen? Nee. Hast du es versucht? Nee. Aber die ist eingeschlossen. Ja. Okay. Das heißt, die geht noch nicht. Ja. Hm. Und wenn du den Hebel nochmal ziehst? Was darfst du nicht? Ach, Mann, oh. Die Sicherung muss. Ja. Ja. Das ist eigentlich hier drin. Das haben wir schon. Hm. Hm. Wir haben nichts mit dem Winter. Nee. Wir kriegen jetzt eine Sicherung her. Wir kriegen jetzt eine Sicherung her. Oder muss ich den Spiegel vielleicht nochmal irgendwie hier umlenken? Wenn. Wenn du das darfst. Nee, ich darf es nicht. Dieser Käfer muss jetzt auf ewig angestrahlt werden. Hm. Hm. Medicine. Zeug nichts. Nee. Oh. Das hat er angefasst. Warum? Oh. Kannst du das aufdrehen? Ja. Teil eines zerbrochenen Schilds. Hm. Geht ja noch auf. Die hat er ja nicht angefasst, deswegen... Aber vielleicht oben? Ja. Nee, da ist dann nichts, ne? Was ist das? Was steht da drauf? Ein Schild. Mit... Sachen, aber... Zahlen und Buchstaben. Krößen und Vieh. Hm. 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 Ich dachte, ich hätte irgendwo schon mal irgendwie so ein halb kaputtes Schild gesehen, aber... jetzt nochmal herausbekommen, wo das war. Hier vielleicht? Hier links? Hier ist aber ein ganzes. Ja, ne? Das heißt vielleicht an irgendeinem anderen Apparelok. Hier ist gar kein Schild. Atrack. Oh nein. Stefan aplayt! Ja. Ich ne Jwarming. Mhm. Es fühlt sich an, als ob ich heute gar keine Konzentration hätte. Ich habe das Gefühl, dass du heute einfach rumprobierst, ohne Plan. Ja. Guck mal. Hm. Das kann man irgendwo rein tun. Ich frage jetzt nur wo. Drauf stecke ich. Naja. Vielleicht hier irgendwie. Naja. Ja. 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 Hier war es. Ach ja. Eine riesen Tröngler-Sicherung. Sehr schön, jetzt weiter. Ja, normal nicht. Eine Batterie. Ach, da war es schon. Das ist ja echt nicht lecker. Ja. Oh, das ist eine Prothese, dann wäre es eigentlich ganz cool. Ich fürchte nein. Und dann ist es nicht lecker. Aber die Frage ist auch jetzt, was sollte das? Ja. 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 Ein grüner Laufkäfer. Ein Symbol. Und sonst nimmst du nichts mehr? Nein. Dann pack den grünen Laufkäfer mal in die Kiste. Ja, das machen wir mal nicht. Aber es fehlt noch eine, oder? Ja. Oder zwei sogar noch. Noch zwei Exemplare. Ja. Hm. Ja, aber jetzt... Jetzt... ...komm ich nicht... ...irgendwie habe ich jetzt keinen Anlasspunkt mehr. Ja. Hier ist noch eine. Aber... Ja, aber ich habe keinen Schlüssel. Ja. Das ist richtig. Und selbst wenn du das Teil drehst, nein. Weil das haben wir jetzt hier irgendwie... ...ähm... 6... 0. Ja. Aber was sollen wir jetzt sagen? Naja, das... ...kann ich gerne aufschreiben. Mhm. Ähm... Brauchen wir bestimmt. 6-0. Aber wofür ist das denn gut? Haben wir doch irgendwo, was wir eingeben können? Ich... ...wüsste nicht wo. Das haben wir ja hier vorhin für diese Holzkiste benutzt. Ja, aber wir haben das ja nur benutzt, um rauszubekommen, was diese Wellen zum Beispiel zu bedeuten haben. Weil wir das irgendwo eingegeben haben. Aber wo haben wir das nochmal eingegeben? Ähm... Was? Wie? Wellen? Äh... Wir hatten... ...wellen... ...durchgestrichenes S... ...und noch so ein anderes Zeichen. Da haben wir das irgendwo eingegeben, um... ...was herauszubekommen. Ja, das war... War das denn diese Schublade? Ja, das war... Ähm... Diese Holzkiste, die wir im Inventar hatten. Ach so. Mhm. Mhm. Also hat die Schublade nichts damit zu tun? Hm... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in diesem Raum irgendwo Ziffern eingegeben hätten. Das war einfach schon... Hm... Das war überhaupt nicht. Oder? Ich kann mich nicht mal hear aus… Ich schieße mir nichts auf, ne? Nein. Kannst du nicht mehr? Nein. 6, 0. Wofür haben wir gerade die Batterie benutzt? Für den Filmapparat. Ach ja. Und dann haben wir irgendwas gesehen. Mit der Hand. Und dann 6, 0. Wofür ist das ein Hinweis? Das ist frustrierend. Warum darf ich das hier angucken? Bestimmt kommt da was. Kannst du eigentlich oben wo dieser Leuchtekäfer drin ist irgendwas machen? Nee. An der Seite irgendwas bewegen? Das hast du schon gemacht. Ja. Und den entnehmen kannst du auch nicht. Schieben wir nochmal auf 2 und gucken was passiert. Da ist ein Brief drin und haben wir dafür gelesen. Tja. Wird es doch Zeit für den Hinweis? Ja komm. Machen wir es mal. Oh nein. Am Blick durch das Okular erkenne ich eine merkwürdige Markierung auf der Schrankschublade. Ja das haben wir auch schon gesehen. Das stimmt. Gut. Die zeigt nach unten aber wir durften nach unten nichts machen. Deswegen. Unter der Schublade? Ja aber. Da haben wir ja hingeklickt und da durften wir eigentlich nichts. Aber da ist eine Art Griff oder Griffe kann man auch nicht aufklicken. Da befindet sich etwas auf der Unterseite an der Schrankschublade. Oh ernsthaft? Na komm. Vielleicht soll ich jetzt Okular gucken. Ich habe immer versucht nach unten zu gucken aber ich habe nie versucht da so drunter zu gucken. Ah. Ihhh. Eine riesige Wasserwanze. Eine kleine Metallgraf. Und der ist jetzt wofür? Ja. 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 Ich fühle mich so schmutzig. Warum? Weil wir den Tipp benutzt haben. Ja. Zweimal. Ja. Hm. Geht mir ähnlich. Aber wir haben uns das ja angeguckt aber nie verstanden was das so bedeuten hat. Nein geh weg du Tipp. Hm. Nein geh weg du Tipp. Ah ja. Okay. Und am Schloss wäre auch Quatsch. Mylissen und Sternen. Hier kann man gar nichts erkennen ne. Nee. Was ist denn mit dem... Kannst du eigentlich sowas formen, was der Griff hat bei dem Schloss? Ich meine, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber vielleicht. Nee, kann man nicht. Nein. Hm. Wofür könnte dieser Griff sein? Ich kann mal versuchen, den hier in die Mitte reinzudrücken, aber... Nee. Sagt er jetzt noch irgendwas zu diesen Käfern? Guck mal. Nö. In der Mitte auch nicht, wo denn nichts ist? Ja, Hirschkäfer fehlt da. Dann wäre raus, vielleicht muss das doch rein. Ich habe gerade gedacht, so hä? Da drunter? Kann man gar nicht erkennen. Gucken wir mal, ob da auf der anderen Schublade irgendwie unter der Schublade was ist, wo wir in den Griff reindrücken können, aber ich glaube nicht. Man weiß ja nicht, oder? Nein. Vielleicht würde ich das doch da gucken? Nö. Irgendwie? Das ist doch frustrierend. Ja, dieser Raum, der ist echt böse. Ja, man hat nicht so viel, man muss echt aufmerksam sein und man hat nicht so viel, was man tun kann, irgendwie, zur gleichen Zeit. Haben wir hier vielleicht... Ach, guck mal. Echt? Ach, wirklich? Ach, das passt ja. Stimmt. Vielleicht jetzt die 60 machen? Habe ich gerade gemacht. Oh Gott. Hast du? Du kannst das hier nochmal irgendwie rumschieben. Ja. Oh, das ist ein... Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Wie viel könnte das sein? Hm. Sie haben so ein lustiges Schloss. Hm. Guck mal, was ist schon richtig gemacht. Fast. Echt? Ach, ein Fall. Ein Fall muss das, genau. Yay. Gib mir deinen Käfer. Kann ich damit noch was machen, irgendwie? Nee, die Scheibe bleibt da. Scheiße, man kann doch was tun. Oh. Ich würde erstmal den Käfer auf den Platz nehmen. Ja, ne? Ja. Weiß ja noch nicht mal, was du damit tun kannst. Aber es ist doch gut, dass man schon mal weiß, dass man da was tun kann. So, hier hat man sich den Käfer hingesetzt und weiß nicht wieder weiter. Oh. Ein neuer Spiegel. Hm. Hm. Darf ich den jetzt doch wieder verschieben hier? Ja. Iih. Spiegel. Vielleicht kannst du uns den Käfer entnehmen. Ja, ich versuche es gleich. Eine Linse für mein Okular. Ah, super. Jetzt kann ich mehrere Sachen angucken anscheinend. Mein Schicksal scheint es zu sein, auf ewig am Schatten größer zu stehen. Gegen Monfassons Arbeit wirkt die meine, wie die wie eines Kindes tun. Und doch vermochte er im Gegensatz zu mir das letzte Geheimnis der Türe nicht zu finden. Den Schlüssel trug er stets bei sich, doch erkannte es nicht. Die Seele ist die Wurzel des Nulls. Ein schlichter Handel wird es sein. Meines für ihres und ihres für deines. Das Herz ist der Sitz der Seele. Gute Reise und zieh niemals zurück. Was auch immer du hier sehen magst, zieh niemals zurück. Was ist das? Wir wollen also hier diese Diamantensachen haben. Also kannst du es drehen gleichzeitig, oder? Und was will ich dann haben? Will ich alle auf Diamant stehen haben? Scheint so. Ist das so? Nö. Achso, ne der dritte muss auf Diamant stehen. So. Ja und dann? Ja und jetzt suchen wir die anderen Hinweise. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Die Eins muss auf Triforce stehen. Triforce, ja. Ne. Stimmt ist auch hier was. Da drunter? Ne. Da kann man nicht so viel erkennen. Ne ne? Das sehe ich auch nicht. Ne lees noch nicht. Wirkliche Formel. Haben wir das schon gesehen? Mit Triforce. Okay, dann muss das irgendwo da oben? Ist das sowas? Nö. Schaut, okay. Dann kannst du vielleicht systematisch rausfinden, wenn wir nicht finden, was das ist. Ich meine, so schwierig wird es ja nicht sein. So, 2 auf Triforce. Oh, das ist falsch. Du musst wahrscheinlich da hier mitzudrücken oder so. Dann suchen wir doch den ersten. Aber warum wusstest du, dass das die Eins und Zwei und Drei ist? Hier hast du drei Punkte drin. Und woran erkennst du das bei den Teilen? Da sind drei Punkte drin. Ah, okay, hast du auch nicht gesehen. Auf dem Boden hat er nicht geschrieben. Nee, gut. Eins ist auf Triforce. Habe ich falsch gemacht, ne? Ja, du hast zwei auf Triforce gewürzt. Das haben wir nicht gefunden, aber ist egal. Das ist ein Herz. Er lebt. Vollgas. Uh. Cthulhu. Cthulhu. Das ist eine Cthulhu. Vielleicht Samara. Was ist Doreen? Sieh nicht zurück, ja. Oh, ich darf mich nicht umdrehen. Ja, weil du nicht zurücksehen darfst. Muss ich mir das aufschreiben? Nee. Ach du Scheiße. Jetzt hast du noch Grün und Rot dazu. Ach. Ja. Am Abend gegessen habe ich auch. Oh, hell. Die Kiste auf 3-1. Das Haus ist aber schön. Ich würde nicht so gehen. So im Haus gehen. Aber nur wenn Cthulhu nicht der Mitwohner ist. Ich habe leider nicht geschickt. Ach so. Von Laser wie er abgeht. Ja, wirklich das Haus zerstört. Ach Mann, oh. Spiel abgeschlossen? Mhm. Okay. Möchtest du vorlesen, was da steht? Ähm, ja. Glückwunsch. Du hast The Room 2 abgeschlossen. Du hast die zahlreichen Mysterien dieses unvergleichlichen Raums enthüllt und geschafft, woran so viele gescheitert sind. Ähm, du bist aus dem Labor und dem verfluchten Haus, in dem alles eins begann, entkommen. Nach unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass mir die zur Verfügung stehende Nullprobe keinesfalls die einzige sein kann, die existiert. Vermutlich gibt es eine Vielzahl irgendwie in Verbindung stehender Proben, die diese eigenartigen Ereignisse auf irgendeine Art und Weise steuern. Professor de Montfaçon, 19. November, 19.03. Puh. Büch. Wie hoffen, das hat dir gefallen. Puh, mhm... Hm, hm, hm. Wir hoffen, das hat dir gefallen. Ja, bis auf... Der letzte Raum war jetzt schon ein bisschen mies irgendwie. Soll es hier auch eine Herausforderung sein, ne? Als kleiner Independent-Spielentwickler glauben wir fest an die Macht der Mundpropaganda und den guten Willen aller, die unsere Spiele spielen, also lass uns bitte wissen, wie wir wie dir The Room 2 gefallen hat, indem du es weiterempfehlst oder auf unserer Steam-Seite eine Kritik verfasst. Wir wissen, dass Unterstützung und dein Feedback wirklich zu schätzen und durch deinen Kauf und deine Weiterempfehlungen von The Room 2 trägst du dazu bei, die Entwicklung von independent Spielen weiterhin zu ermöglichen und fireproof Games. Das ist doch ein richtiges Spiel, das wir ausgewählt haben zum Streamen eigentlich. Ja. Wir müssen nur noch das verbreisen, dass wir das gespielt haben. Rom 3, ne? Ja, wuhu! Ich freue mich schon. So. Ja, diesen letzten Raum habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen. Also den letzten, letzten Jahr, aber den vorletzten. Da war ich doch schon im Bett, ne? Kann sein. So, ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Okay, dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen, machen Musik. Genau, Musik habe ich schon an. Und dann melden wir uns, wenn wir da sind. Genau, ich gehe davon aus, dass wir so irgendwie zehn Minuten Pause machen. Und währenddessen gucke ich mal, dass ich den Raum 3 zum Laufen kriege. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ich komme zum Laufen! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020